Es hat nicht sollen sein. Vor einem Monat habe ich mir die Aufgabe gestellt, bis Mitternacht am 31.12. den YouTube-Account des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu überholen. Ja, zu dem Zeitpunkt war Senkrechtstarter 4.000 Abos vom DLR entfernt. Ganz schön optimistisch. Auch wenn der Abstand kleiner geworden ist, habe ich es leider nicht geschafft. Dafür gab es auch für das DLR durch die Aktion einen kleinen Push und der Kanal vom DLR ist mittlerweile über die 50.000 gekommen. Glückwunsch an das DLR, aber vor allem an das Social Media Team, vom DLR. Ja, die Aktion war übrigens nicht abgesprochen, sondern ich fand es einfach eine lustige Idee und habe die da, glaube ich, ein bisschen unter Feuer gesetzt. Ja, und ein Ziel haben wir mit der Challenge erreicht. Wir haben gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für das Thema Raumfahrt geschaffen. Hashtag Team Space.